Herzlich willkommen beim Diözesan-Caritas-Verband Osnabrück. Mein Name ist Nadine Kohlbrecher, ich arbeite im Team der Öffentlichkeitsarbeit und ich nehme euch jetzt mal mit. Da ist schon jemand. Hallo Roland. Hallo Nadine. Hallo, ich bin Roland Knüllmann. Ich leite das Team der Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Und in den nächsten Sekunden lernst du dieses Team kennen. Und ganz zum Schluss sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ciao. Hallo Matthias. Hallo, mein Name ist Matthias Stockamp. Ich bin im Fachbereich zuständig für den Bereich der Online-Kommunikation und freue mich sehr über Unterstützung. Und das wäre der Platz, den wir jetzt neu zu besetzen haben. Ich bin Julia Zwang und unterstütze das Team Öffentlichkeitsarbeit in verwaltungstechnischen Abläufen. Jetzt hast du unser Team schon ein bisschen kennengelernt. Wir suchen Verstärkung. Und worum es geht, das findest du in der Stellenbeschreibung. Ich hoffe, dass wir dich etwas neugierig gemacht haben und dann freue ich mich auf deine Bewerbung.